Willkommen zum GIMP Crashkurs. In diesem Video sollst du alles Wichtige lernen, um deine ersten eigenen Bilder mit GIMP bearbeiten zu können. Viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wird präsentiert von meinem GIMP Komplettkurs für Einsteiger. Bei diesem mehrstündigen Kurs erlernst du wirklich alle wichtigen Grundlagen für GIMP und wir erstellen natürlich auch gemeinsam einige interessante Bildeffekte. Der Kurs ist in der Beschreibung verlinkt. So, wenn wir die Software GIMP öffnen, dann sieht das Ganze erstmal so aus wie hier. Wir haben hier eine leere Arbeitsfläche, links und rechts einige Fenster, die wir sehen können. Und wir schauen uns im ersten Schritt jetzt erstmal an, wie wir hier ein neues Projekt erstellen können. Und um das zu tun, schauen wir hier oben in diese Reiter rein. Da haben wir ganz links den Reiter Datei und unter Datei können wir auf Neu gehen. Hier erstellen wir ein neues Bild. Es wird auch immer so ein kleiner Hilfstext angezeigt, wenn man auf die einzelnen Punkte geht. Und hier sieht man ein neues Bild erstellen. Wenn wir das machen, dann öffnet sich so ein kleines Fenster, in dem wir eben ein Bild einstellen können. Hier haben wir die Möglichkeit, die Bildgröße einzustellen, das heißt die Maße für das Projekt. Es gibt hier auch einige praktische Vorlagen. Wenn wir das mal ausklappen, hier sieht man eben passende Einstellungen für so manche Apple-Geräte und andere Dinge. Aber auch so klassische Voreinstellungen wie hier zum Beispiel Full HD 1920x1080. Und das Ganze wähle ich hier auch mal aus und bestätige dann mit OK. So einfach haben wir schon mal ein erstes Projekt geöffnet. Wollen wir uns dann die Benutzeroberfläche ein bisschen genauer anschauen. Wir sehen hier, dass wir links und rechts eben so einzelne Fenster haben. Wenn wir da mal genauer hinschauen, dann sieht man, dass sich da auch drunter mehrere Reiter verstecken. Das heißt, wir können hier noch weitere Fenster anklicken. Da versteckt sich immer noch so ein bisschen mehr darunter. Das gleiche gilt auch für die rechte Seite. Hier gibt es jeweils mehrere Reiter. Diese ganzen Fenster, die können wir beliebig anpassen. Das heißt, wir können die einmal hier in der Größe verändern, können die weiter rausziehen, um einfach mehr zu sehen. Wir können auch so einzelne Fenster, die wir nicht brauchen, löschen. Da gibt es immer dieses kleine Symbol hier. Diesen Reiter konfigurieren steht da dabei. Da können wir draufklicken und zum Beispiel den Reiter schließen. Das sind die Möglichkeiten, die wir hierbei haben. Genauso haben wir auch hier unten sehr wichtig unsere Ebenen und auch daneben wieder verschiedene Reiter, die wir anklicken können. Wenn wir dann mal auf die Werkzeuge schauen, hier oben links, da sehen wir dann, dass sich unter den Werkzeugen immer so ein bisschen mehr versteckt. Und wenn wir mal die linke Maustaste darauf gedrückt halten, dann sehen wir, dass so ein weiteres Fenster geöffnet wird, wo wir praktisch alle Werkzeuge sehen können, die sich noch darunter verstecken. Und das kann am Anfang etwas unübersichtlich sein, wie ich finde, da man gar nicht weiß, wo man welches Werkzeug findet. Und da gibt es dann auch Möglichkeiten, sich hier die Benutzeroberfläche ein bisschen anzupassen. Das heißt, wir können nicht nur die einzelnen Fenster verändern, sondern wir können auch den Inhalt hier anpassen von unserem Werkzeugkasten. Und das wollen wir uns auch mal anschauen, wie das funktioniert, dass praktisch wir diese ganzen Gruppen hier auflösen und alle Werkzeuge einzeln dargestellt werden. Und das funktioniert nämlich, indem wir hier oben auf Bearbeiten gehen. Dann gibt es hier den Punkt Einstellungen. Da öffnet sich dann so ein Fenster hier. Da gibt es eine ganze Menge, die man einstellen kann. Und wir wollen aber einfach auf unseren Werkzeugkasten hier gehen. Den finden wir hier links unter dem Punkt Oberfläche gibt es dann den Werkzeugkasten. Und hier wiederum gibt es dann die Funktion, Werkzeuggruppen zu verwenden oder eben nicht zu verwenden. Und wenn wir diese Werkzeuggruppen auflösen wollen, dann machen wir einfach hier dieses Kreuz raus. Dann sehen wir schon, dass der Werkzeugkasten sich verändert hat, der Werkzeugkasten. Bestätigen hier mit OK. Und damit haben wir unseren Werkzeugkasten angepasst. Ist jetzt deutlich übersichtlicher. Und so würde ich für dieses Video auch das Ganze beibehalten. Ansonsten sehen wir hier in unserer Benutzeroberfläche noch unsere Projekte angezeigt. Die werden hier oben dann in der Reihe nach angezeigt. Also wir können auch mehrere Projekte geöffnet haben, die man dann hier einzeln anklicken und schließen kann. Wir haben momentan ja nur ein Projekt geöffnet. Dementsprechend wird auch nur hier ein weißes Bild angezeigt. Zum Schluss möchte ich noch zeigen zu der Benutzeroberfläche, wie man die wieder zurücksetzen kann. Das heißt, wenn man jetzt hier diese ganzen Fenster angepasst hat, hier vielleicht ein bisschen was rausgezogen hat oder auch was gelöscht hat. Hier ein paar Reiter aus Versehen geschlossen oder ähnliches. Dann kann man das jederzeit zurücksetzen und auch das geht unter Bearbeiten, Einstellungen, wieder unter diesem Fenster hier. Und hier gibt es dann nämlich auch den Punkt Fensterverwaltung. Und unter Fensterverwaltung können wir die Fensterposition jetzt auf Standardwerte zurücksetzen. Und wenn man da mal draufklickt, dann sehen wir so einen kleinen Hinweis. Hier steht, die Fenstereinstellungen werden beim nächsten Start von GIMP auf die Standardwerte zurückgesetzt. Bestätige ich mal mit OK, auf OK klicken und wie der Text schon gesagt hat, müssen wir jetzt GIMP einmal schließen und wieder öffnen. Und dann sollte das Programm wieder so aussehen, wie am Anfang. Und das mache ich einmal kurz. So, ich habe GIMP jetzt neu geöffnet und wir sehen, die Fenster sehen wieder so aus wie zu Beginn. Abgesehen von unserem Werkzeugkasten, den haben wir separat angepasst. Die Werkzeuge, die bleiben so in den Gruppen aufgelöst, wie wir das auch eingestellt haben. Das wäre das Wichtigste hierzu. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, wie wir Bilder einfügen können. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wie wir ein leeres Projekt öffnen können, also eine weiße Leinwand, in die man dann natürlich verschiedene Dinge einfügen kann. Jetzt schauen wir uns an, wie wir ein Bild als eigenes Projekt öffnen. Und das funktioniert ebenfalls unter Datei und dann hier unter dem Punkt Öffnen. Hier sieht man auch schon den Hinweistext, eine Bilddatei öffnen. Und wenn wir da draufklicken, dann öffnen sich praktisch unsere Dateien, wo wir dann ein Bild aus unseren Ordnern raussuchen können und das hier öffnen können. Und das mache ich hier einmal. So, und ich habe hier einfach mal ein Bild ausgewählt. Das Bild, das ich hier verwende, steht im Übrigen auch in der Beschreibung verlinkt zum Herunterladen bereit. Und wenn wir so ein Bild geöffnet haben, dann ist natürlich interessant, wie wir uns hier eigentlich bewegen können auf unserer Arbeitsfläche. Das heißt, wie können wir rein- und rauszoomen und uns hin- und herbewegen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe direkt auf die allereinfachste ein. Und zwar können wir einfach auf der Tastatur die Steuerungstaste gedrückt halten. Und dann, während wir diese gedrückt halten, das Mausrad drehen und so ins Bild rein- und rauszoomen, wie man sieht. Wenn wir reingezoomt haben und dann uns im Bild bewegen wollen, dann gibt es natürlich hier diese Leisten unten und an der Seite. Aber das allereinfachste ist, dass wir einfach auf dem Bild das Mittelmausrad gedrückt halten und dazu dann die Maus bewegen. Und so können wir uns dann frei in der Ansicht her bewegen, können die Ansicht frei anpassen, rein- und rauszoomen und das Ganze eben so einstellen, wie wir es brauchen und uns so am besten im Projekt bewegen. So wollen wir dann mal ein bisschen allgemein auf die Werkzeuge eingehen und uns anschauen, wie wir die verwenden können. Unser Werkzeugkasten, haben wir ja schon gesagt, der befindet sich hier links. Und ganz wichtig zu dem Werkzeugkasten ist, dass jedes Werkzeug natürlich seine ganz eigenen Einstellmöglichkeiten hat. Und die finden wir immer hier unten. Auch hier sieht man einzelne Reiter. Das hier ist die Werkzeugeinstellung. Daneben gibt es noch ein paar andere Punkte. Wir wollen hier die Werkzeugeinstellung geöffnet haben, also dieses ganz linke Fenster einmal anwählen. Wenn wir jetzt das Werkzeug wechseln, dann sehen wir, dass sich auch die Werkzeugeinstellung dazu jedes Mal verändert. Egal welches Werkzeug wir anklicken, unten in dem Fenster gibt es natürlich immer andere Einstellmöglichkeiten dazu. Das ist schon mal vom Grundprinzip her wichtig, das zu verstehen, dass natürlich jedes Werkzeug andere Einstellungen mit sich bringt. Werkzeuge verwenden können wir dann natürlich ganz einfach, indem wir sie anklicken. Zum Beispiel hier das Textwerkzeug und dann einfach auf das Bild klicken, in dem Fall auf dem Bild gedrückt halten. So kann man hier einen Rahmen aufziehen und hier dann einen beliebigen Text eingeben. Einfach mal als Beispiel. So gibt es dann zum Beispiel auch ein Zuschneidewerkzeug, mit dem man ebenfalls einen Rahmen aufzieht. Und in diesem Rahmen kann man dann eben einen Ausschnitt wählen, den man ausschneiden möchte aus dem Bild. Auch das ganz einfach, diese Werkzeuge anzuwenden. Unser Standardwerkzeug im Übrigen sollte das Verschiebenwerkzeug sein. Das wäre das hier links im Werkzeugkasten. Wenn wir das einmal anwählen, dann wird hier dieser Ausschnitt gleich bestätigt. Das sehen wir mal kurz. Mit diesem Verschiebenwerkzeug können wir praktisch dann alle Bilder, alle Grafiken im Projekt anklicken und die Freihand verschieben. Und wenn wir einen Schritt rückgängig machen wollen, was ich jetzt gern tun würde, da ich jetzt hier so einen kleinen Bildausschnitt gerade freigestellt habe, was ich natürlich so nicht haben will. Dann können wir einfach den Shortcut STRG und Z-Taste drücken. Einmal STRG Z und diesen Schritt einfach ein paar Mal wiederholen, bis man an dem Punkt ist, an dem man zurück wollte. In dem Fall hier habe ich jetzt wieder mein ganzes Bild zur Verfügung. Und so können wir eben Schritte rückgängig machen. Dann wäre zuletzt wahrscheinlich noch ganz interessant, wie man Bilder vergrößern, verkleinern, wie man sie drehen kann oder spiegeln kann. Wollen wir uns diese paar Werkzeuge noch kurz anschauen anhand von diesem Bild. Wir haben hier einmal das Skalieren-Werkzeug. Wenn wir das anklicken, können wir auf das Bild draufklicken, dass wir skalieren wollen. Skalieren bedeutet eben vergrößern oder verkleinern. Und wenn wir auf das Bild geklickt haben, dann erscheinen hier so lauter Eckpunkte, die wir greifen können. Damit das Bild kleiner machen, können es über den Mittelpunkt hier versetzen und so praktisch das Bild skalieren. Das Ganze muss man dann bestätigen, indem man hier auf Skalieren drückt. Damit ist das Bild dann angepasst. Drehen kann man ein Bild über das Drehen-Werkzeug. Ziemlich selbstverständlich. Auch hier muss man einmal auf das Bild draufklicken. Dann ist das Werkzeug für dieses Bild praktisch aktiviert. Jetzt kann man einfach das Bild mit der linken Maustaste greifen und die Maus bewegen und so das Bild hin und her drehen. Auch das muss man wieder bestätigen, indem man hier auf Drehen drückt. Das wäre eben das Vergrößern und das Drehen. Dann gibt es hier noch ein Spiegeln-Werkzeug. Da kann man entweder hier einstellen horizontal oder vertikal spiegeln. Und je nachdem, was man einstellt, muss man dann auch einfach nur einmal aufs Bild klicken und schon ist es hier in dem Fall vertikal gespiegelt. Auch das können wir wieder rückgängig machen. STRG-Z-Taste einfach ein paar Mal wiederholen, bis wir wieder da sind, wo wir hinwollen. Das wären hier einfach noch so ein paar wichtige Grundwerkzeuge. Wollen wir uns als nächstes die Ebenen anschauen. Die Ebenen sind eigentlich in allen Bildbearbeitungsprogrammen ein sehr essentielles Tool bzw. eine sehr wichtige Funktion einfach generell für die Bildbearbeitung. Wir finden die Ebenen hier rechts in der Leiste unter dem Reiter Ebenen. Hier sehen wir, dass wir momentan eine Ebene im Projekt drin haben. Das ist eben unser Bild, das wir eingefügt haben. Und wenn wir mehrere Bilder in ein Projekt einfügen, dann erscheinen natürlich auch mehrere Ebenen. Wir können mehrere Bilder in ein Projekt einfügen, indem wir die einfach hier auf die Leinwand draufziehen. Das heißt, wir öffnen unsere Dateien und aus einem Ordner ziehen wir ein Bild hier einfach in Gimp rein. Ich werde das mal kurz machen. So, ich habe hier jetzt einfach mal ein Bild oben drauf gelegt, auf meine Leinwand ein weiteres Bild praktisch ins Projekt reingezogen. Und so sehen wir dann auch in den Ebenen, dass dieses Bild sich hier jetzt im Projekt befindet. Mit den Ebenen ist es so, dass praktisch immer die obere Ebene die untere Ebene verdeckt. Da sehen wir auch dieses Bild, das ich eingefügt habe. Das steht jetzt oben drüber über unserem Hintergrundbild. Wenn wir die Ebene jetzt greifen hier und einfach mal nach unten ziehen und dann loslassen, dann sehen wir, verdeckt jetzt natürlich die obere Ebene hier mit der Straße und den Bergen, unsere untere Ebene mit den Palmen. Dementsprechend ist dieses eingefügte Bild auch nicht mehr zu sehen. Ja, also das ist einfach hier die Reihenfolge, wie die Bilder angeordnet sind und oben verdeckt natürlich immer unten. Wir können Ebenen ausblenden über dieses Auge hier, das sich immer neben der Ebene befindet. Das sehen wir, wenn wir das aktivieren, dann ist das Bild praktisch nicht gelöscht. Das ist einfach nur ausgeblendet. So blende ich auch mal hier das Hintergrundbild aus. Und dann sehen wir hier nur noch das eingefügte Bild. Wir sehen jetzt um das Bild herum, dass sich da so eine Transparenz befindet. Und diesen Bereich, den nennt man hier in GIMP einfach den Alpha-Kanal. Das ist ein Begriff, der einem beim Bearbeiten von den Bildern wahrscheinlich auch öfter mal begegnet. Deswegen auch wichtig, dass man den kennt. Alpha-Kanal ist einfach diese Transparenz hier und die kann man für jede Ebene aktivieren oder deaktivieren. In dem Fall ist sie aktiviert. Da sehen wir, wenn wir einen Rechtsklick auf eine Ebene machen, dann haben wir hier verschiedene Funktionen dazu. Wir können hier eine Ebene löschen, eine Ebene duplizieren, also eine Kopie anfertigen. Und wir können hier aber auch den Alpha-Kanal hinzufügen oder entfernen. Ja, das ist auch wichtig zu verstehen. Praktisch, ob wir eine Transparenz im Hintergrund von einem Bild haben wollen oder nur eine weiße Hintergrundleinwand im Hintergrund haben wollen. Das ist eben das, was wir hier mit dem Alpha-Kanal einstellen können. Und das können wir uns auch einmal praktisch anschauen, was das bedeutet. Wir sehen, dass in dieser Ebene kein Alpha-Kanal hinzugefügt ist. Wir müssten ihn erst noch hinzufügen. Ich belasse es mal so, ohne Alpha-Kanal. Also im Hintergrund von diesem Bild befindet sich praktisch jetzt keine Transparenz. Und wenn wir jetzt Bereiche aus diesem Bild entfernen, dann entsteht im Hintergrund keine Transparenz, sondern eben weiße Farbe. Das sehen wir, wenn wir unseren Radierer hier benutzen. Den wende ich hier einfach mal an, radiere hier etwas aus dem Bild raus und wir sehen, es entsteht weiße Farbe. Jetzt mache ich das einmal rückgängig, aktiviere für diese Ebene den Alpha-Kanal und radiere nochmal in dem Bild. Und jetzt sehen wir, dass der Hintergrund transparent ist. Und das, wie gesagt, ist eben die Funktion hier vom Alpha-Kanal. Ich mache das Ganze rückgängig. Dann, wie gesagt, eine Ebene löschen können wir mit einem Rechtsklick und dann auf Ebene löschen. Hier können wir unser Ausgangsbild wieder aktivieren. Und dann zum Schluss noch interessant eine Ebene einfügen können wir hier unten unter diesem Symbol ganz links. Neue Ebene einfügen. Da öffnet sich auch immer ein Fenster. Hier können wir eben sagen, wollen wir eine Leinwand, die mit Farbe gefüllt ist, praktisch mit unserer Vordergrundfarbe oder eine transparente Leinwand. Das können wir hier einstellen. Ich nehme mal die Vordergrundfarbe. Vordergrundfarbe bedeutet die Farbe, die hier eingestellt ist, also schwarz, können wir bestätigen. Und so haben wir eine schwarze Ebene eingefügt. Auch die lösche ich wieder. Entweder über Rechtsklick und Ebene löschen. Oder indem man die Ebene hier anwählt und dann einfach hier unten auf das Kreuz geht, dann ist auch die Ebene gelöscht. So viel mal zu den Ebenen an sich. Wie gesagt, die bieten eine ganze Menge Funktionen, sind sehr wichtig. Und ich hoffe, dass hier mal so ein bisschen ein Grundverständnis dazu entstanden ist. Als nächstes schauen wir uns eine sehr interessante Funktion an, und zwar wie man eigentlich Dinge aus Bildern ausschneidet. Etwas, das man ziemlich häufig braucht, wenn man Bilder bearbeitet. Und darauf gehen wir jetzt noch kurz ein. Wir finden in unserem Werkzeugkasten verschiedene Auswahlwerkzeuge. Ausschneiden tun wir immer, indem wir erst eine Auswahl erstellen und diese Auswahl dann praktisch freistellen. Es gibt hier einige Grundformen, zum Beispiel die Rechteck-Auswahl oder die elliptische Auswahl. Die können wir genauso anwenden, wie wir es kennen. Einfach auf den Bildschirm gedrückt halten, drüber ziehen. Und jetzt wäre das hier unsere Auswahl. Wenn wir eine Auswahl getroffen haben, dann können wir diese Auswahl entweder löschen, indem wir einfach auf der Tastatur die Entfernen-Taste drücken oder alternativ den Shortcut STRG und X-Taste. Und so löschen wir dann diesen Bereich. Das Ganze können wir wieder rückgängig machen mit STRG und Z-Taste, wie wir das kennen. So kommen wir wieder zurück. Wir haben auch hier gesehen, dass in diesem Bild sich kein Alpha-Kanal befindet. Den können wir für das Bild hier auch mal hinzufügen. Alpha-Kanal hinzufügen. Dann schauen wir uns ein weiteres Werkzeug an, zum Beispiel die freie Auswahl. Mit der freien Auswahl können wir praktisch selber die Punkte setzen. Also eine Markierung erstellen. Das Ganze hier schließen und auch so wieder die Form dann löschen, indem wir Entfernen-Taste drücken. Dann ist der Bereich wieder gelöscht. Ich mache das Ganze wieder rückgängig. Dann ist natürlich noch interessant, wie wir eigentlich nicht den Bereich löschen können, den wir ausgewählt haben, sondern alles außenrum. Also praktisch nicht die Form, die wir hier erstellt haben, sondern wir wollen diese Form beibehalten und den Rest löschen. Das geht, indem man die Auswahl umkehrt, hier oben unter Auswahl. Dann Auswahl invertieren. Jetzt ist praktisch alles ausgewählt, außer den Bereich hier, den wir eingestellt haben. Und wenn wir jetzt einmal Entfernen oder STRG-X drücken, dann wird praktisch alles gelöscht, außer der Bereich, den wir erstellt haben. Ich mache auch das wieder rückgängig. Und dann schauen wir uns noch das interessanteste Auswahlwerkzeug an und das wäre nämlich hier die Vordergrundauswahl. Wenn wir die einmal anklicken, dann haben wir hier die Möglichkeit, den Bereich erst mal grob zu markieren, den wir freistellen wollen. Und anschließend das Ganze noch zu verfeinern. Das eignet sich für Porträts, für Objekte, die man freistellen will. Oder auch in diesem Fall wollen wir einfach diese ganzen Berge hier freistellen vom Himmel. Also praktisch, wir wollen den Himmel entfernen. Und wir schauen uns jetzt an, wie das funktioniert. Das Werkzeug ist hier angewählt. Hier in den Werkzeugeinstellungen ist Vordergrundzeichnen aktiv. Also wir wollen den Vordergrund auswählen. Und dann fangen wir einfach hier an, einzelne Punkte zu setzen, um das herum, was wir freistellen wollen. Ja, einfach außen herum, nicht in die Kontur reinkommen, also in dem Fall nicht in die Berge reinsetzen, einen Punkt. Sondern schön außenrum einfach die Punkte setzen. Stück für Stück. Das muss nicht allzu genau sein. Allerdings gilt hier die Regel, umso genauer, umso besser wird später auch das Ergebnis. Ja, und das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, wie grob das hier markiert wird. Aber wir werden später das Ergebnis sehen, wie gut das eigentlich hier funktioniert. Ist ein sehr praktisches Werkzeug hier in Gimp. Um einfach Sachen freizustellen. Und wenn ich hier am Ende vom Bild bin, dann gehe ich einfach über das Bild hinaus. Ziehe die Punkte hier außen herum. Und schließe das Ganze wieder, indem ich auf den ersten Punkt drauf drücke. So haben wir die Form geschlossen. Und wenn wir jetzt mit der Enter-Taste das Ganze bestätigen, dann sehen wir hier unsere Auswahl nochmal schöner dargestellt. Das wäre jetzt praktisch das, was wir ausgewählt haben. Na ja, man sieht jetzt einfach, dass wir das ganz grob außenrum gemacht haben. Und jetzt, wo wir das bestätigt haben, hat sich unser Werkzeug geändert zu einem Pinsel. Und mit diesem Pinsel müssen wir jetzt nochmal den Bereich bemalen, den wir auch freistellen wollen. Das heißt, wir malen jetzt einfach bis zu den Bergen hier hin. Da sehen wir, wird das Ganze dann noch farblich dargestellt, was wir bemalt haben. Hier ist ganz wichtig, die Pinselbreite können wir hier einstellen. Also entweder einen kleinen Pinsel machen oder einen größeren, was sich hier besser eignet, um einfach mal alles zu bemalen. Und hierbei ist aber auch ganz wichtig, dass man nicht über die Kontur der Berge hinauskommt. Also wir bleiben jetzt nur im Inneren der Kontur von den Bergen und nicht darüber hinaus. Falls es eben doch mal passiert, kann man jederzeit alles mit STRG und X wieder rückgängig machen. Das kennen wir ja jetzt. Und so bemalen wir einfach mal alles hier, was wir freistellen wollen, was in dem Fall hier eben der komplette Bereich der Berge wäre. So, und ich habe das Ganze jetzt mal bemalt und wie man sieht, überhaupt nicht allzu genau. Wirklich ganz grob hier im Bereich der Berge das Ganze bemalt. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier einmal die Vorschaumaske aktivieren, indem wir hier den Haken reinsetzen. Dann wird das Ganze umgewandelt in eine Auswahl, beziehungsweise wir sehen erst mal, wie unsere Auswahl aussieht. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann können wir hier auf Auswählen draufdrücken. Und jetzt haben wir praktisch eine Auswahl von den Bergen. Um jetzt diese Berge vom Himmel freizustellen, müssen wir diese Auswahl wieder umkehren, damit wir praktisch alles löschen können, außer unsere Auswahl. Das heißt, wir gehen wieder oben auf Auswahl, auf Invertieren. Jetzt sind nicht mehr die Berge ausgewählt, sondern alles um die Berge herum, was in dem Fall der Himmel wäre. Wir können jetzt die Entfernen-Taste drücken. Und damit haben wir den Himmel gelöscht. Jetzt können wir die Auswahl hier wieder entfernen, indem wir wieder auf Auswahl gehen und dann auf Nichts auswählen. Dadurch verschwindet die Auswahl. Und so haben wir praktisch jetzt ein freigestelltes Bild, beziehungsweise unser Bild vom Hintergrund freigestellt. Hier könnte man jetzt wieder ein weiteres Bild einfügen, das man in den Hintergrund setzt. Und das mache ich auch einmal. Das Bild, das ich dazu verwende, ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. So, und ich habe hier jetzt einfach mal ein Bild reingesetzt. Das passe ich jetzt erstmal an von der Größe her. Und das können wir machen, indem wir hier unser Skalieren-Werkzeug benutzen. Einmal auf Skalieren gehen, dann das Bild anklicken, das wir skalieren wollen. Dabei entstehen dann diese Eckpunkte außenrum. Und über die können wir ein Bild dann vergrößern. Und über den Mittelpunkt können wir das Bild auch greifen und verschieben. Und so erstmal die Größe hier anpassen. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann können wir hier auf Skalieren, das Ganze bestätigen. Damit ist das Bild in der Größe angepasst. Jetzt wollen wir das Bild natürlich in den Hintergrund setzen. Und das machen wir hier, indem wir das Bild greifen und einfach nach unten ziehen. Und damit befindet sich das jetzt im Hintergrund. So haben wir jetzt den Himmel ausgetauscht. Natürlich passt das Ganze farblich jetzt noch nicht zusammen. Und deswegen wollen wir uns jetzt zum Schluss noch die Farbanpassungen hier in GIMP anschauen. Und zwar können wir hier das Bild mit den Bergen auswählen. Das wollen wir farblich bearbeiten. Einmal da draufklicken in den Ebenen. Dann hier oben auf Farben. Und hier sehen wir jetzt ganz viele verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ja, wir können hier so Standardeinstellungen wie Helligkeit und Kontrast wählen. Wir können die Sättigung bearbeiten. Einzelne Farbtöne bearbeiten. Und wenn wir das machen, ich öffne mal hier die Kurven. Dann öffnet sich da immer so ein kleines Fenster, in dem wir dann die Einstellung vornehmen können. Und hier bei den Farbkurven will ich einfach mal hier die Linie ein bisschen runterziehen, um praktisch die Berge abzudunkeln. Dann können wir hier den Kanal verändern. Dann nehme ich mal die roten Farbtöne und verstärke die hier ein bisschen. Da ja der Himmel rot ist, will ich auch die Berge rötlich färben. Dann können wir die Grüntöne wählen. Und die nehme ich etwas aus dem Bild heraus. Genauso mache ich es auch mit den blauen Tönen. Die nehme ich auch aus dem Bild heraus. Und so entsteht dann schon so ein orangener Look für die Berge. Und jetzt passen die schon deutlich besser zum Himmel. Und so haben wir die Bilder schon mal so ganz grob farblich aneinander angeglichen. Und praktisch ein komplett neues Bild damit erschaffen. Ja, und ich denke, damit sind wir hier schon einiges Wichtige in GIMP durchgegangen. Jetzt wollen wir uns zum Abschluss noch anschauen, wie wir so ein Bild dann exportieren können. Wenn wir hier fertig sind, dann können wir nämlich hier oben auf Datei gehen. Dann gibt es hier den Punkt Exportieren nach. Wenn wir da draufklicken, dann öffnen sich unsere eigenen Dateien, wo wir auswählen können, wo wir das hin exportieren wollen. Dann auf Exportieren klicken. Und wenn wir auf Exportieren klicken, dann einfach diese Standardeinstellung nochmal bestätigen mit Exportieren. Und dann haben wir unser Bild fertig abgespeichert. Und damit wäre es das auch mit diesem Crashkurs hier zu GIMP. Ich hoffe, dass du ein bisschen was lernen konntest. Und falls du mehr über GIMP lernen möchtest, dann schau gerne in die Videobeschreibung. Da ist mein kompletter GIMP-Kurs verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, wir hören uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos. GIMP-Kurs 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 Vielen Dank.